Ja, hallo und willkommen zum Vatertagsvideo. Ja, ich bin nicht mit dem Bollerwagen unterwegs gewesen, obwohl er hätte irgendwie Vorteile gehabt. Und habe auch nicht getrunken, noch nicht. Ich war auf dem Flohmarkt mal wieder frühmorgens und mein Bruder hatte schon gar keine Lust, weil er sagte, ich will unbedingt ausschlafen. Aber ich war anstrengend, aber ich habe ihn überredet und hinterher hat er gesagt, ich bin froh aufgestanden zu sein. Warum, das erfahrt ihr gleich. Heute am Vatertag stand nur ein Flohmarkt an, der bei mir eigentlich um die Hecke ist. Ja, in der Stadt auch direkt. Ist ein normaler Ausstatter, das heißt, da sind viele Pseudohändler, sage ich mal, und Schrotthändler, aber auch viele Privatleute. Und es ist jedes Mal ein Glücksspiel, kann man immer, das ist ja sowieso. Und auf jeden Fall ist das eben halt der Heimflohmarkt, kann man fast sagen, der reguläre. Und den wollte ich nicht verpassen, hat mein Bruder überredet. Der hatte keine Lust aufzustehen, wie ich schon sagte, weil eben Arbeit anstrengend war. Und ja, man hat sich ja auch verdient auszuschlafen. Aber nach dem, was wir hier haben, hat er doch gesagt, ich war froh, aufgestanden zu sein. Ihr seht wieder, das Wetter war schön. Ich habe einfach nur ein Foto von oben gemacht. Ja, und wir waren, wie gesagt, auch wunderbar fündig. Ja, es ist eigentlich erstaunlich, denn der Flohmarkt ist, ja, dadurch, dass er eben halt dieses Gemisch hat zwischen den Händlern und Privatleuten, immer wieder, ja, man weiß nicht, was einen da erwartet. Wir haben viele bekannte Gesichter auch wieder getroffen. Auch einige, die privat jetzt gesagt haben, ich stehe mehrfach da. Der eine halt auch mit GameStar. Und wir haben auch ein paar schöne Sachen gefunden, die der nochmal aussortiert hat, aus seiner Privatsammlung. Und der kannte auch meine Videos. Also ich grüße dich an dieser Stelle. Du wirst sicherlich erkennen, was wir bei dir gekauft haben. Das hat mich echt überrascht. Und ich finde es immer wieder schön. Ich meine, was heißt schön, erkannt zu werden. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass mich jemand darauf angesprochen hat. Ich kenne deine Videos, ja. Und ich mache nur diese ganz normalen Pick-up-Videos zeigen. Ja, auf jeden Fall danke ich dir für diesen schönen Deal, den wir noch haben. Den zeige ich mit am Schluss, weil Games ist so der Schlussteil. Obwohl, ich fange gleich mit Games an. Ich will gar nicht so viel labern. Ein Spiel habe ich gleich mitgenommen. Ein Brettspiel. Wir sahen es da liegen. Und ich habe es bisher nur bei Amazon zu kaufen gesehen. Und ja, ich habe mir das echt mal angeguckt, weil so kannte ich es bisher nicht. Der weiße Hai, das Brettspiel von Rabensburger. Vorsichtig, ich muss noch sortieren. Hinten könnt ihr die ersten Teile sehen. Ja, das weiße Hai-Brettspiel ist noch nicht so alt. Das ist kein Vintage-Spiel. Hat normal, so kostet das 40 Euro. Ich glaube, jetzt hatte ich sogar ein Angebot gesehen für etwa über 30 Euro. Na ja, ich dachte, ich frage einfach mal unverbindlich, was kostet das Ding? Ja, er sagt 12 Euro. Und ich habe gesagt oder gefragt, bist du auch mit 10 einverstanden? Er sagte, ja. Und dann habe ich jetzt der weiße Hai das Brettspiel für den 10er mitgenommen. Gut, muss man aufpassen, die Karten und so weiter liegen da. Die muss ich jetzt noch alle schon nochmal ein kleines Tütchen packen und nochmal ordentlich machen. Es ist noch nicht alles da verpackt. Aber es sieht recht schön aus, in einem schönen Zustand. Und ja, mein Bruder sagte, wir müssen ein Brettspiel abmachen. Mal die Computerspiele beiseite legen und dieses Brettspiel spielen. Ich habe noch ein zweites Brettspiel gefunden. Das habe ich auf einem anderen Flohmarkt, habt ihr es auch gesehen. Da habe ich nochmal zugelangt. Auch für 3 Euro. Ich habe beim letzten Mal habe ich 4 bezahlt oder 3 Euro, keine Ahnung. Auf jeden Fall nochmal zielt. Die drei Fragezeichen. Das Haus der Rätsel in einem Top-Zustand. Ja, ich habe mein eigenes, was ich früher mal gekauft habe, ist geöffnet worden, weil ich wissen wollte, wie es aussieht. Ja, jetzt habe ich es zweimal zielt. Das zielt, bald wandert auch einmal so ins Regal. Ja, kann man nichts gegen sagen. Musste sein. Genau, so. Was haben wir denn noch Kurioses weitergefunden? Dann lag da auf dem Tisch, lag Bücher. Und zwar genau 5 Bücher. Und ja, es sind Warhammer Bücher. Und so Szenarios. Also sprich, ja, Pen & Papers. Figuren. Brettspiel. Also jedenfalls Spielebücher. Das heißt, Szenarien, die man nachspielt und so weiter. Aufgaben. Ja, dann haben wir hier einmal Beastclaw Raiders. Und die haben jetzt, zusammen haben wir 30 Euro bezahlt. Also in dem Sinne, ich weiß nicht, ob es ein Schnabber ist oder nicht, aber wir haben gedacht, ein Kollege von uns, der liebe Matt, ich grüße dich auch an dieser Stelle, der sammelt Warhammer und warum nicht? Vielleicht braucht er es, vielleicht nicht. So, ja, abwägen. Man findet Warhammer auch nicht immer, wie hier jetzt zum Beispiel Caradron Overlords. Und hier kann man sehen, also, okay, hier kann man sehen, ein Notizzettel. Egal. Aber auch, wie gebaut wird, dann sind hier halt Szenarien drin, wird beschrieben. Also für Pen & Paper Fans, denke ich, ist das genau das Richtige. Aber ich bin da überhaupt nicht drin, aber ich finde es faszinierend anzuschauen. So, genau. Was haben wir denn noch gefunden hier? Das ist Warhammer Age of Sigmar, alle Bücher übrigens, wenn ich das jetzt richtig sehe. Bis auf eins. Und zwar haben wir hier noch Battle Turm des Todes, Flash Eater Chords. Wie gesagt, ich habe die Dinger noch nie gespielt, aber man sieht sie seltener und ihr seht ihr auch mit Artworks und die Storys. Ja, warum nicht? Hier haben wir Legions of Nagash. Und das ist so, das sind Softcovers, hier so ein leichtes Hardcover, Ogerkönigreiche von Warhammer. Ja. Guck gerade. Ja, nochmal auch hier diese ganzen, die Horde. Wie gesagt, sieht man nicht alle Tage und warum nicht, haben wir mitgenommen. Genau, was sieht man denn sonst noch nicht alle Tage? Ich habe ja das jetzt sortiert nach Kategorien. Das ist Gaming-Bereich zum Beispiel und das, was ich jetzt habe, ist Comic. Da hat einer eine ganze Menge alte Comics liegen, von, ja, aus den 70ern, 80ern. Waren jetzt so ein paar Grusel-Comics dabei, also kannte ich jetzt gar nicht, war aber auch nicht mein Ding. Dann so ein paar Zack-Comics nach Serien und eine habe ich davon mitgenommen. Das war, glaube ich, von Michel Vaillant und so weiter, aber das war nicht so meine Serien. Aber etwas, ja, was man nicht so oft sieht. Und der Zustand ist gut, ich habe ein Euro bezahlt. Mondbasis Alpha 1, ein Comic. Auch hier mit der Adler hinten drauf. Und ist halt wie die Zeit gezeichnet. Richtig cool. Findet man echt nicht alle Tage. Ich finde, das Cover ist auch mega. Richtig cool. Diese riesen Roboter da. Und das ist von 1900, da habe ich hier ein Datum, 78, von 1978. Das ist schon über 40 Jahre alt. Richtig cool. Ja, nicht ganz so alt, aber auch cool. Das kann ich euch dann auch noch zusätzlich in einer kleinen Aufnahme zeigen. Lag da auf dem Tisch, so in einer Grabbelkiste. Kleine Notizbücher von Disney. Ich habe für den ganzen Slot hier 3 Euro bezahlt. Und zwar habe ich hier dreimal Darüber Duck. Das sind wirklich so Notizhefte. So, so kleine Notizhefte. Da ist nichts drin. Einmal von DuckTales, Darüber Duck. Dann habe ich hier DuckTales Tick und Trick, glaube ich. Oder Track. Wie auch immer. Ich weiß gar nicht, welche von einem. Haben aber eine D-Mark gekostet. Hinten ist immer eine 1. Ich vermute mal D-Mark, nicht Euro. Das ist also vor der Zeit schon. Jeweils eins geht übrigens auch an den lieben Bürgermeister. Der ist großer DuckTales Sammler. Und da habe ich auch schon zur Seite gelegt. Genauso wie hier von der Mini-Maus-Notes. Das ist auch so eine Herzchenform. Richtig süß gemacht. Und hier noch eine andere Variation. Turtoli Mini. Habe ich jetzt auch noch 2 oder 3. Also insgesamt 3 Mal. Und einmal habe ich hier Turtoli Mini. So ein kleines Büchle. Das Witzige ist, Mini ist hier über Kopf. Unten. Unten ist das. Ist sie über Kopf. Oh, das ist. Gut, so. Ich glaube, das ist falsch rumgepackt. Aber es würde auch mehr passen, dass das so rum eigentlich gehört. So gehörte das eigentlich. Und das ist falsch rum. Aber egal. Für den Preis kann man es gerne mitnehmen. Das ist noch von D-Mark. Also hier steht noch Original D-Mark. Eine Mark 90. Also in dem Sinne hat das mal eine D-Mark gekostet. Das sind sozusagen 50 Cent oder 1 Euro. Ja. Fand ich so süß. So ein Quatsch nehme ich da immer gerne mit. Genau. So, weiteren Quatsch, den ich mitgenommen habe. Ist. Ich glaube, ich habe 1 Euro. Ich weiß nicht. 1 Euro wollte er haben. Aber es kann auch sein, dass es jetzt ein Bundle mit einem. anderen Spiel. Ich habe ein Spiel bekommen. Bekommen habe. Auf jeden Fall lasse ich sowas dann auch nicht liegen. Alf Kassel Nummer 3. Parasit mit Puderquaste. Und ganz im Vertrauen. Ja. Das habe ich auch nicht liegen lassen können. Genau. Und bevor wir zu Computerspielen gehen. Denn wir sind jetzt schon langsam weiter. Haben wir noch ein paar Filme mitgenommen. Da waren wir an unterschiedlichen Stellen. Aber das meiste haben wir bei einem einzigen mitgenommen. Der hat seine ganze Sammlung reduziert. Hat eine riesen Kiste. Und der hat er erst sehr spät aufgebaut. Also wir waren schon auf unserer zweiten Runde. Wir haben angefangen. So Viertel nach sieben waren wir da. Also in dem Sinne haben die Privatleute angefangen, echt um sieben aufzubauen. Und das war der Vorteil. Und dann war eine riesen Umzugskiste voll mit Filmen. Und er hatte mit anderen Sachen noch zu tun. Und dann fragte ich, Mensch, dürfen wir da auch mal schauen? Ja, ja, mach mal. Ich platiere geradeaus. Bin auch Sammler gewesen, aber ich habe keinen Platz mehr. Das allgemeine Problemchen. Ja, und dann guckten wir. Und da waren ein paar schöne Sachen dabei. Und dann haben wir einfach zugelangt. Und da kommen eine ganze Menge DVDs her. Also wir haben da viele DVDs gekauft. Etwas, was wir normal nicht machen. Aber an einem anderen Stand haben wir noch eine Blu-Ray mitgenommen. Für drei Euro. Und zwar das 2CD-Set von Titanic. Ich habe schon mal so eine Doppelfassung mit 3D-Titanic. Die wird bei uns aussortiert. Dafür bleibt die drin. Das ist mit viel Bonusmaterial. Und wie gesagt, für drei Euro war das alles noch im Rahmen. So, und ich glaube, das ist die einzige andere Blu-Ray, die ich noch mitgenommen habe. Ansonsten sind es diesmal nur DVDs. Für zwei Euro. War das extra die 3D-Fassung und das Dealbook von Civil War. Also hier ist alles drin. Und ich fand das so cool. Und habe dann gedacht, okay, für zwei Euro, da machst du nichts verkehrt. Also es war der gleiche, wo wir ein riesen Lot gekauft haben. Wir haben, glaube ich, 30 Euro für den ganzen Lot bezahlt mit den DVDs. Was sehr fair ist, weil da einige Serien sind. Und es sind über 20 Filme. Also im Endeffekt haben wir ein Euro das Stück. Und das ist mehr als fair. Also da kann man nichts sagen. Ach komm, muss ich so hinlegen. Dann packe ich nachher nochmal extra. So. An Filmen haben wir mitgenommen. Achso, den Film habe ich noch, diese DVD habe ich am anderen Stand. Sieht man auch nicht alle Tage. Yoit. Das gab es für zwei Euro. Das ist ja auch noch im Rahmen. Und dann aber an dem großen Stand, wo wir den ganzen Lot gekauft haben. Da war dabei Doom, der Film. Teilweise auch, ganz ehrlich, zum Tauschen. Ich habe einige auf Blu-ray, aber die sieht man nicht so selten. Nicht sieht man selten. Deswegen haben wir sie mitgenommen. Genauso wie diese hier. Die gibt es eigentlich gar nicht. Das sind aber auch die holländischen. Aber mit deutscher Tonspur und Uncut. Die haben wir noch nie auf dem Tomat gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt auf Blu-ray gibt. Und selbst wenn, die sind so selten. Das wollten wir mitnehmen. Genauso wie das da. Das gab es schon abgegradet. Das ist ein 18er Film. Ist auch auf Blu-ray inzwischen. Aber die Edition ist so schön. Und für den schmalen Taler, also wie gesagt, keine 2 Euro oder vielleicht 2 Euro. Die Collector's Edition von dem Sin City Recut. Richtig schön in so einem Klappschuber. Da ist einmal das Sin City Comic drin. Auch hier noch dabei. Genau, so schön da rein. Und dann die ganz normale DVD mit dem Film. Mit dem sind die Kinofassung und die XXL-Fassung. Aber eben halt, weil diese Edition so schön ist und ein schöner Sammelswert ist, konnte ich nicht widerstehen. Da habe ich gesagt, komm, mit dem ganzen Bundle, dann lohnt es sich das auch. Genauso wie diese Edition, das ist deutsch, aber aus Österreich, ist auch uncut. Gibt es auch auf Blu-ray, aber im Steelbook kann ich das so nicht. Universal Soldier, der Roland Emmerich-Film mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren. Ja, einfach nur cool. So, weiter geht es an den normalen Filmen. Und dann kommen richtig coole Filme noch. Ein paar Klassiker, die man auch so nicht sieht. Gibt es aber, glaube ich, auch schon auf Blu-ray. Aber wie gesagt, für den Schmeintaler erstmal muss man das mitnehmen. Hier genau so Richard Pryor, Gene Wilder, die Glücksjäger. Auch eine richtig coole Komödie. Hier, so ein bisschen, ja, ähnliches, es ist so US-Comedy. Erinnert auch ein bisschen an Pierre Richard und Depardieu, die ja auch so eine Comedy-Dos gemacht haben. Ja, und dann drei Chevy Chase-Filme. Und zwar, ja, da muss ich schon eine richtige Reihenfolge zeigen. Einfach nur kultig, allein wegen den Artworks, die schrillen vier auf Achse. Ja, auch richtig mega geniales Cover. Dann haben wir den zweiten Teil, Hilfe, die Amis kommen, wo sie nach Europa gehen. Vegas, Hoppla, willkommen. Auch richtig cool. Auch sehr, sehr lustig gemacht. Also echt coole Komödie. Gibt es auch, glaube ich, auch Blu-ray teilweise. Obwohl, ich weiß es nicht genau, ich habe die jetzt nicht verglichen. Ich habe bisher nur gehabt, schöne Bescherung von denen, aber, ja, der war da auch, aber den habe ich auch noch mal nehmen. Ja, und dann waren richtig coole Animationsfilme dazwischen. Also Zeichentrickfilme, beziehungsweise das ist ein Realfilm, aber auf DVD, den lasse ich nicht liegen, vor allem nicht, wenn er einen Euro kostet. Und Masters of the Universe mit Dolph Lundgren und Frank Lantjela. Ja. Ja, alles top. Und die sind alle im mega Zustand. Also, Wahnsinn. Dann lag da, leider nur William Two, aber, oder zwei, Defenders of the Universe, die Zeichentrickserie, 30 Personen, in so einer schönen Box. Gut, die ist ein bisschen angeditscht. Die DVDs drin sind top, sind drei Einzeldinger drin. Ich mache sie jetzt nicht auf. Mega. Mega. Dann genauso, ich meine, die habe ich in meiner Sammlung bereits, habe ich auch schon mal in irgendeinem Video vorher mal gezeigt, aber, wie gesagt, für einen Euro kann man fast nicht sagen. Transformers, die 3D-VD-Box, da sind ein paar Folgen der Serie drauf. Und hier der, ja, hier mit ein bisschen an der Logo, aber das ist der Kinofilm von 1986, die DVD-Qualität. Aber top Zustand und, wie gesagt, das lässt man nicht liegen. Ja, und jetzt kommen schon die Highlights eigentlich dieser Sache. Leider auch nur hier, Volume Two, und zwar Adventures of the Galaxy Rangers. Die DVD-Box. Und die kommt in einem Schuber. Das ist richtig cool. Ich kannte diesen Schuber nicht. Ich weiß, dass es in so einem ganz normalen Plastikcase gibt. Auch hier seht ihr nochmal das Cover. Ich muss jetzt vorsichtig sein, dass mir da nichts runterfällt. Auch hier, wunderschön. Dann auch mit Booklet. Und dann seht ihr hier die Episoden. Das zieht sich jetzt hier noch weiter. Hier ist es weiterzusehen. Und ich mache das jetzt mal so auf. So hat man auch die Charaktere. Richtig cool. Ja. In einem Top-Zustand. Wie gesagt, Volume Two. Und in diesem Schuber kann ich das noch gar nicht. Und wie gesagt, wir haben jetzt da auch dafür, für die ganze Box, im Endeffekt fast ein oder, ich sage mal, zwei Euro vielleicht bezahlt. Also, wenn man das Ganze sieht. Nehmen wir die Filme hier weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Den, die mal ausgenommen ist. Einer weg noch, weil es dann noch Joll zwischen ist. Also, vierzehn. Und dann noch diesen Film. Und dann noch zwei Spiele, die ich auch noch mal zeigen werde. Ja, sind wir bei 30 Euro, die wir gesamtbezahlt haben. Also, nicht mal bei, grob gesagt, wirklich zwei Euro das Stück. Und da kannst du echt nichts sagen. Genau, hier, Bravestar Volume 1. Das ist auch der Pappschuber. Richtig cool. Mit Booklet. Und hier sind alle drin, in Top-Zustand. Ja, könnt ihr sehen. Wahnsinn. Wie gesagt, mal für zwei Euro. Da war ich baff. Das einfach so zu finden. Also, ja. Was sagt ihr? Hättet ihr die liegen gelassen? Für den Preis? Ich meine, das war auch Bundlepreis dann. Also, wir haben natürlich das gesamt genommen. Aber, ja, mussten wir einfach mitnehmen. Ja, ja, wir sind Sammler. Ihr kennt es. Man macht diesen Unsinn dann ja auch ganz gerne mal mit. Ja, so, weiter geht es jetzt mit Computerspielen. Jetzt kommt das Besondere, worauf ihr gewartet habt. Ich fange an mit einem Lösungsbuch. Das Spiel haben wir auch noch dazwischen. Das zeige ich euch auch gleich. Aber das Lösungsbuch zu. Gothic 4 Arcania. Auch in einem schönen Zustand. Bei dem netten Jungmann, den ich in dieser Stelle nochmal schön begrüße, haben wir noch einige Games zu einem wirklich fairen Kurs gekauft. Den Kurs nenne ich jetzt nicht. Aber es war echt ein Bro-Preis, kann man sagen, für Sammler. Er wusste, wir sammeln. Und ja, er ist auch der junge Mann, der mich erkannt hat und meine Videos kennt. Also, wie gesagt, doppeltes Gruß an dich und danke nochmal. Die landen wirklich wunderschön in meiner Sammlung. Genau. Die Spiele zeige ich gleich, aber es geht jetzt erstmal weiter um die Bücher. Hier habe ich noch das Lösungsbuch erworben. Da habe ich 5 Euro bezahlt. Auch beim befreundeten Händler, der wollte erst 8 haben. Von Geheimaktik von Guska. Auch eines meiner Lieblings-Adventures aus Deutschland. Von Animation Arts und Deep Silver. Ich hatte das Lösungsbuch noch nicht. Richtig schön. Auch hier sehr farbig. Und irgendwie ist da eine Kurzgeschichte drin oder so. Das interessiert mich, denn die will ich lesen. Ja, und dann etwas haben wir für 2 Euro gefunden. Ein ungewöhnliches Buch von Assassin's Creed. Mit heraus trennbaren Seiten, aber die sind auch drin. Also in dem Sinne, ja. Assassin's Creed, das Malbuch. Was es nicht alles gibt, das Malbuch. Auch wirklich hier, da kann man Szenen nachmalen. So die Ausrüstungsteile. Ist schon sehr schick gemacht. Hinten sind, und das lohnt sich dadurch erst richtig, die Artworks. Die kann man wohl austrennen und sich dann an die Wand hängen. Also in dem Sinne, hier haben wir auch Black Flag. Das ist, glaube ich, Syndicate ist hier. Und eigentlich alle dabei. Ja, auch schon. Richtig cool. Ja, und hier haben wir ja Ezio. Glaube ich schon Teil 2, das Bild. Ja, wie gesagt, für 2 Euro. Total unbenutzt. Ja, was es alles gibt. Konntet ihr nicht liegen lassen. Genau, das war jetzt der Buchteil. So, und die Spiele, die wir gefunden haben, da sind richtig schöne Sachen dabei. Ich überlege gerade, wo ich anfange, damit ich die Highlights euch richtig zeige. Ich fange mal mit Game Boy Advance an. Das habe ich für 5 Euro erworben. Zusätzlich noch mit einem zweiten Spiel, was ich euch zeigen werde dann, wenn ich es in der Hand habe. Eine Ewigkeit später. Und der Alf-Kassette. Die Alf-Kassette gab es an dem gleichen Stand. Entweder habe ich da nur Euro drauf bezahlt oder ich habe es dazu gekriegt. Auf jeden Fall ist es Alex Rider Stormbreaker. Kenne ich so gar nicht. Ist so ein Action-Spiel, so ein Action-Adventure. Das ist ja so eine Roman-Verfilmung oder eine TV-Verfilmung. Ich weiß es nicht. Hier kommt auf jeden Fall alles dabei. Handbuch ist drin. Modul ist hier drin. Hier ist das Spiel. Handbuch ist da drin. Also, ja. Habe ich noch nie gesehen. Und wie gesagt, für den Preis, habe ich auch, als ich gefragt habe, was soll er haben, dann sagt er, 5 Euro. Hat hier einen Abriss oben. Habe ich gesagt, okay, komm. Mal ausprobieren. Und wenn es mir nicht gefällt, wandert das weiter. Aber, ja. Kennt ihr es? Sagt mir, ist es gut? Ist es schlecht? Ich weiß es nicht. So, dann haben wir, ich mache es mal so, dass ich echt zeige, was ich jetzt bei dem netten Herrn, die ganzen DVDs haben. Die beiden Spiele, die wir gefunden haben, sind richtig schick. Und zwar haben wir da noch gefunden, die waren, wie gesagt, in dem 30 Euro Preis mit drin. Und zwar hier Dragon Age 2, die BioWare Signature Edition für den PC. Hier ist es richtig schön mit Silber und das ist geprägt. Auch hier alles im Top-Zustand. Also, Wahnsinn. Und die PC-Edition von Darksiders, die Hellbook-Edition. Auch richtig cool. Kommt ins Schuber. Und dann ist hier dieses Büchle. Das sieht richtig cool aus. Richtig geprägtes Logo. Man kann es aufklappen. So, ich muss vorsichtig sein, dass mir das nicht entgegenkommt. Und da seht ihr hier, wie so ein Buch kann man aufklappen. Da sind dann Artworks drin. Das ist auch fest auf dem Einband. Und hier drin, vorsichtig, weil hier sind dann einmal vier Artwork-Karten. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Und Nummer vier. Die waren dabei. Wieder rein. Dann haben wir dabei dieses Darksiders Artwork. Nochmal. Auch richtig schön. Und dann logischerweise das Spiel. Und da ist neben dem Spiel, glaube ich, jetzt noch digital ist der Soundtrack per Code dabei, den man runterladen kann. Digital und irgendwas war noch digital. Ein Comic, ein digitaler Comic. Soundtrack, wie gesagt, leider nicht auf Disc. Das wäre schön gewesen. Aber ansonsten ist es eine schöne Edition. Habe ich so auf dem Flohmarkt noch nicht gefunden. War auch nicht in unserer Sammlung. Klar, dass man spielt wahrscheinlich eher die Konsolen-Version von dem Spiel. Aber also wir trotzdem so eine coole Special Edition. Hallo. Und dann im Endeffekt auch für zwei Euro. Da kann man nur klatschen. Ja. Wahnsinn. Was sagt ihr? Kennt ihr die? Richtig gut. Also man unterschätzt manchmal diese PC Special Editions. Ja. Weiter auch eine andere PC Special Edition im Schuber, die wir gefunden haben. Und zwar Tom Clancy's Blinderzell. Auch in sehr gutem Zustand. Abgesehen von vorne. Hier ist eine schöne Vertiefung, Riss. Ansonsten hier in eine Schuber. Auch sehr, sehr schön gemacht. Muss immer aufpassen, dass die Discs da mir entgegenfallen. Und hier drin sind auch da nur die drei Discs. Handbuch und so weiter ist da auch drin. Aber was auch selten ist, gehört auch dazu. Und das fehlt oft. Der Sticker. Der Sam Fisher Sticker. Richtig cool. Und da haben wir auch nur zwei Euro für bezahlt. Das war jetzt aber bei einem anderen. Auch am gleichen Stand hat mein Bruder mitgenommen Dungeon Siege. Ein Rollenspiel von Chris Taylor. Auch vollständig. Auch im Top-Zustand. Auch richtig cool. Ja, also das war so ein PC-Stand. Und man unterschätzt manchmal so die Collected Editions und so weiter. Gerade sowas, die unterscheidet sich ja auch von einer Konsolenedition. Und ja, ist schon wirklich schick. Bevor ich jetzt wirklich zu Highlights komme, mache ich erstmal normale Games nochmal zeigen. Da werden wir echt gute Highlights gefunden im Gaming-Bereich. Gut, fange ich mit ein bisschen 0815 an. Zwei Stück. Und zwar für einen Euro hatte dann jemand da ausgepackt oder hingestellt jedes Spiel ein Euro. Da waren jetzt viel Sport dabei. Aber da war auch einmal Saints Row The Third The Full Package. Hab ich von Euro mitgenommen. Und das ist das Spiel, was dabei war bei dem Alex Rider, wo ich den umsonst dazugekriegt habe. Ich hab einfach nur Fragen, wo was es kostet. Ich sag, das packe ich dir so hin. Ist noch sealed für die Xbox 360. Kinect The Black Eyed Peace Experience. Das ist schon diese zwei Musikband. Aber wie gesagt, sealed. Gut, hier ganz leicht oben angerissen. Aber in dem Sinne hast du so eine Art Just Dance eben halt auf Kinect Basis. Ja, und sealed. So, kann man nichts gegen sagen. Das ist für den Preis. Nimm ich das gerne mal mit. Ja, so, jetzt habe ich hier noch weitere Spiele, die wir eben halt dem Netten Jungen mal von dem Arcania Lösungsbuch abgeworben haben. Und zwar haben wir hier Arcania Gothic 4. Das haben wir zum Lösungsbuch dazu bekommen. Dann haben wir mitgenommen, das geht an einen Kollegen von meinem Bruder, der sucht er das noch. Haze für Playstation 3. Hat mal, das ist sogar ein Preisstecker drauf, 44,90 Euro gekostet. Neu. Und ein Spiel, auch in Top-Zustand, echt wunderschön. Fehlt uns noch, wir haben nur den dritten Teil gehabt für die Wii U, und zwar Assassin's Creed 4. Black Black. Auch in der Version. Warum nicht? Gut. Von ihm haben wir noch ein paar Spiele, das sind aber Highlights, die zeige ich euch gleich. Zwischendurch noch ein anderes Highlight, da hat mein Bruder, auch wenn es ein paar kleine Macken hat, 15 Euro bezahlt, aber wenn man bei Ebay guckt und Co., das wird teuer gehandelt und es ist nur ein Steelbook. Ich habe es so eigentlich nur bisher online gesehen, aber nicht auf der freien Sildbahn, sozusagen, und zwar das Steelbook zur Playstation 1. Das ist zum 20. Jubiläum rausgekommen, er hatte dann ein anderes Spiel drin, das haben wir aber nicht mitgenommen, das ist jetzt komplett leer. Das hatte ich auch schon mal im Auge, aber das hatte mein Bruder dann als erstes gesehen und da hat er gesagt, komm, da greife ich mal zu und zahle 15 Euro. Und Steelbook ist ja schon manchmal teuer, also das ist ein normaler Steelbook-Preis, kann man sagen. Beim Gaming-Bereich ist der Preis bis zu 30 Euro keine Seltenheit. Schaut mal nach. Und das geht teilweise für das Vierfache von dem, was mein Bruder bezahlt hat, jetzt weg. Also, ich habe bis zu 60 Euro nur für Steelbook gefunden an Anzeigen. Ja, so, und jetzt kommen die Highlights, eigentlich, Playstation 1-Spiele. Das zeige ich euch als letztes dann. Und zwar zwei superschöne, ein US-Playstation-Einspiel. Da habe ich nur die Hülle ausgetauscht, denn die war kaputt. Aber hier geht es um Road Rush 3D. Ist jetzt NTSC, man kann das jetzt nicht auf der Normalen abspielen. Ist so ein, ja, Action Racer. Ich kann dazu nicht viel sagen, ich kenne den nicht. Und hier ein Spiel, ich glaube, wir hatten diese Version nicht, aber es ist ein sehr, sehr schwimm Zustand und ist zwar eine Platinum-Version, aber trotzdem Spyro. Year of the Dragon. Auch richtig schön. Und jetzt kann man nur sagen, Hail to the King, baby. Und wer das schon kennt, den Spruch, der weiß, worum es geht. Womit fange ich an? Mit dem Playstation. Ein Spiel von Duke Nukem. Das ist ja eigentlich Duke Nukem 3D. Auch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Gut, leichte Gebrauchsspuren, aber das ist halt gespielt worden. Das ist jetzt die Piggy-Version. Auch richtig cool. Hatten wir noch nicht in der Sammlung. Ist auch kein günstiger Titel. Das sage ich euch gleich. Es ist jetzt kein 2 Euro Schnabber gewesen. Das muss man dazu sagen. Und das ist nicht das Spiel, aber es ist das gleiche Spiel für den PC in der Kicks-Version von Eidos. Die Duke Nukem Big Box. Die hat er da. Die ist auch ohne Spiel, das Witzige ist, nur das Spiel selbst, die Disc, haben wir auf einem anderen Flohmarkt gefunden. Jetzt fehlt uns noch ein Handbuch, denn hier drin sind nur Flyer. Also Werbeflyer. Hier steht Start Your Software Collection von Eidos. Ist noch kein Katalog. Da habe ich zum Beispiel Street Fighter 2 und so weiter angeboten. Kicks ist übrigens eine Art Vergünstigungsmarke gewesen. Damals. Und hier haben wir noch von Eidos so ein Eidos-Katalog. Hier könnt ihr noch einmal ein Laura Kaufmann an der Seite sehen. Richtig cool. Französische Garantie-Karte von Eidos. Ja. Aber die Box ist Complete Edition englisch, französisch und spanisch drauf. Die Duke Nukem 3D. Richtig cool. Und das war's. Das war die Ausbeute von dem Flohmarkt, wo wir eigentlich ohne Erwartung reingegangen sind und ich nicht gedacht hätte, dass wir so viel cooles Zeug finden. Ja. Ich bin total sprachlos so. Das war's auch. Mehr kann ich jetzt euch nicht zeigen. Ich hab nicht mehr. Habt ihr was gefunden am Flohmarkt? Wart ihr überhaupt heute am Tag der Arbeit? Tag der Arbeit nicht. Am Vatertag wart ihr da auch auf dem Flohmarkt? Habt ihr was Schönes gefunden? Ich hab ja was Schönes gefunden, kann ich ja wirklich sagen. Und bevor ich noch weiter labere, liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Ihr seid dran. Was findet ihr hier genial? Also ich hab hier so viele schöne Highlights. Die Duke Nukem sind wirklich mega Highlights. Aber auch die Kleinigkeiten zu finden, solche Notizbücher, das sieht man nicht alle Tage. Und ja. Keine Frage, ich komm wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020